Ich habe nicht einen, nicht zwei, sondern drei neue Düfte, die ich euch heute vorstellen möchte. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, ein ganz herzliches Willkommen an euch. Ich hoffe, es gefällt euch hier und wenn es das tut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Ja, ich war heute Morgen bei meiner nächstgelegenen Drogerie, in dem Fall DM und stand, wie auch bei meinen vorhergehenden letzten Besuchen, eine ganze Weile vorm Duftregal. Nicht zuletzt, weil ich immer mal wieder gerne an neuen Düften schnuppere, sondern auch, weil in letzter Zeit öfter mal die Frage sowohl nach Sommerparfum kam, als auch nach Naturkosmetikparfum allgemein. Und deshalb dachte ich, heute gibt es ein Video. Ich höre gerade Gewittergröllen. Und die Parfums bzw. Düfte, die mich am meisten angesprochen haben, habe ich heute mitgebracht. Es waren aber auch nicht alle zum Beispiel von Alverde verfügbar. Alverde hat momentan vier Düfte draußen, zumindest mal laut Display. Und davon waren bloß zwei da. Und auch nur eines hat mich angesprochen von den vier Testern, die allerdings da waren. Dann habe ich noch eins von Anima Aromatics. Da habe ich ja auch hier eins stehen, was bis dato mein täglicher Begleiter war. Und dann noch eins von Juniper Lane. Auch davon hatte ich schon eins, das inzwischen leer ist. Und die drei möchte ich jetzt gemeinsam mit euch etwas näher anschauen. Dann fange ich mal an mit dem Parfum von Juniper Lane. Das ist 100% natürlichen Ursprungs. Ein Eau de Parfum mit 50ml. Und ich habe mir das Parfum mit dem Namen Wild Viola ausgesucht. Auf der Rückseite steht leider nicht allzu viel drauf, weshalb ich mir auf meinem Handy mal die entsprechende Produktseite aufgerufen habe. Hier steht nur drauf Iris, Violet and Vanilla. 100% Natural Origin, Certified by Natru, Vegan und keine Mineralöl etc. pp. Aber ich habe es auf meinem Handy und das möchte ich euch gleich mal kurz vorlesen. Zuerst aber zum Flakon. Da ist wie die Umverpackung auch aus einem schönen fliederfarbenen Behälter relativ schwer. Und auch hier ist wieder wie bei dem vorhergehenden Parfum, das ich schon mal hatte, verlinke ich euch in der Infobox das Video bzw. in der Infokarte. Und ja, es ist schön aus Papier gemacht mit einem tollen Blumenmuster, wie auch hier vorne drauf. Richtig schön gemacht, sehr simpel, aber ansprechend. Und ich fand den Duft jetzt sehr angenehm für den Sommer. Dieser Duft ist recht pudrig und süß, aber floral, also mit Sicherheit nicht jedermanns Liebling. Ich muss mal schauen, wie der sich bei mir quasi mit meiner Körperchemie zusammen entwickelt. Aber so rein vom Testen her fand ich den jetzt sehr angenehm. Und dann lese ich euch mal vor, was dazu auf der Seite steht. Also war ich da ja schon mal gar nicht so verkehrt. Tonkarbohne ist sowieso einer meiner Lieblingsdüfte und auch Vanille mag ich sehr, sehr gerne. Also ist es kein Wunder, dass mich das angesprochen hat. Und hier steht dann nochmal die Kopf-, Herz- und Basisnote. Kopfnote ist Ylang-Ylang, Sakura, Orangenblüte und Bergamotte. Die Herznote Feilchen, Iris, Heliotrop und Maiglöckchen. Und Basisnote ist Tonkarbohne, Vanille und Siam-Benzuin. Ja, ein, wie ich finde, angenehmer Duft. Wie gesagt, ich muss jetzt mal schauen, wie das mit meiner Körperchemie funktioniert. Aber der Duft an sich gefällt mir wirklich gut. Und wenn sich das Licht ein bisschen während des Videos ändert, dann liegt es daran, dass im Hintergrund gerade ein Gewitter aufzieht. Das nächste Parfum ist von Anima Aromatics. Ich bleibe bei dem Farbschema. Es ist auch ein schöner Fliederfeilchenton, sehr schön gemacht. Und die Anima Aromatics Parfums sind ja sogenannte Mood Parfums, die entsprechende Sinneszellen oder die Sinneszellen ansprechen sollen und dann entsprechende Emotionen bei der Trägerin auslösen sollen. Also schaut euch das mal an. Finde ich sehr interessant, dieses Konzept. Und ich habe jetzt Relaxing, Balancing, Harmonic. Passt ja auch zu mir. Und die Duftrichtung oder der Name dieses Parfums ist Bright Soul. Hier steht es nur auf Englisch drauf. Deshalb lese ich euch auch hier kurz vor, was dazu auf der Produktseite steht. Ich glaube, der Text ist etwas länger. Anima Aromatics Bright Soul berührt die Seele seiner Trägerin. Mit seinen ätherischen Ölen aus Lavendel, Patchouli und Ylang Ylang versprüht der Duft Entspannung und Wohlbefinden. Das inspirierende Design in zart mattierten Flieder und hochwertigen Goldazenten spiegelt das Konzept und die Energie des Dufts wieder und trifft damit den Puls der Zeit. Anima Aromatics Bright Soul nimmt seine Trägerin mit auf eine Reise zu ihrer inneren Balance und beschert ihr damit Momente der Ruhe, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Ihr könnt das noch weiterlesen. Ich möchte euch jetzt auch nicht damit langweilen, dass ich euch diesen ganzen Text hier vorlese. Aber auch hier möchte ich euch noch Kopf, Herz und Basisnote nennen. Und zwar ist Kopfnote Bergamotte und Mandarine. Herznote, Lavende, Jasmin und Ylang 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 und die Basisnote Tonkapone, Sandlholz und Patchouli. Also relativ ähnlich zu dem ersten Parfüm, das ich euch gezeigt habe. Auch das ist ein Eau de Parfum mit in dem Fall 40 Millilitern und ich war sowohl von diesem Vorgänger hier, da hatte ich den Wonder Leaf Duft und hier habe ich ja Happy Spirit, den Duft. Wenn ich davon genauso angetan bin, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. Als nächstes habe ich dann von Alverde einen Duft und ich bin speziell auch nach Alverde Düften gefragt worden. Von Alverde gibt es momentan vier, von Anima Aromatics drei und von den Juniper Lane gibt es glaube ich auch momentan vier verschiedene Düfte. Aber wie gesagt, ich bin häufig zu den Alverde Düften gefragt worden, ob ich mir die nicht mal anschauen kann und euch vorstellen kann. Wie gesagt, von den vieren waren leider nur die Tester komplett und zwei von den Düften gab es gar nicht und das waren gerade die Sommerdüfte. Beziehungsweise ich habe hier den letzten von dem einen mitbekommen, den mir die nette Dame von dm noch aus ihrer Schublade gezaubert hat. Im Regal statt ja nämlich nichts mehr. Und dann gab es noch einen mit Lemongrass irgendwas, den gab es gar nicht mehr und die anderen beiden haben mich leider nicht angesprochen. Also stelle ich euch heute diesen Duft vor und das ist der Duft von Alverde mit dem schönen Namen Sonnenseite mit Orchidee, Orangenblüte und Frangipani. Und auch hierzu möchte ich euch kurz die Beschreibung vorlesen. So, und zwar. Das Eau de Parfum Sonnenseite von Alverde Naturduft verzaubert die Sinne mit ihrer Komposition aus würzigen Noten von Ingwer und rosa Pfeffer und zarten floralen Aromen von Orangenblüte, exotischer Orchidee und sinnlicher Frangipani. Ähm, die Duftfamilie ist blumig, holzig, orientalisch würzig. Also hier sind jetzt nicht so detaillierte Angaben wie bei den anderen beiden Parfums. Aber dieser Duft ist auf jeden Fall derjenige, der am sommerlichsten ist, also dieses Sommerfeeling, diese frische Leichtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes versprüht. Und deshalb habe ich den mitgenommen, ähm, weil ich denke, dass der auch an recht heißen Tagen gut getragen werden kann, wohingegen ich diese beiden eher an etwas kühleren Sommertagen oder abends bevorzugen würde. Und das, ähm, denke ich mal, wird sich auch als so Day-by-Day den Tag über getragenes Parfum rauskristallisieren. Also der hat mir wirklich gut gefallen. Hier sind enthalten 50ml und ich schreibe euch sowohl die Namen als auch, ähm, die Preise unten in die Infobox, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Und, ähm, ja, da ich heute noch kein Paar vertrage, werde ich jetzt auch mal mit diesem anfangen. Ja, das ist definitiv ein frischerer Duft, nicht ganz so floral wie die anderen beiden. Ja, der kann durchaus ein täglicher Begleiter sein. Und das sind schon die drei Düfte, die ich jetzt in der nächsten Zeit probe-tragen werde, beziehungsweise tragen werde und die meine winzig klein gewordene Parfumsammlung hinter mir erweitern werden. Dann würde mich interessieren, welche Sommerdüfte habt ihr euch speziell in der Naturkosmetik in letzter Zeit zugelegt? Habt ihr vielleicht auch einen von diesen Düften? Oder gibt es auch schöne Naturkosmetik-Parfums, die es jetzt zum Beispiel nicht in der Drogerie gibt? Ich lege ja immer sehr großes Augenmerk darauf, dass es auch weit verfügbar ist und dass man es schnell, im Prinzip, wenn man sowieso schon in der Drogerie ist, kaufen kann. Aber es gibt ja auch Marken, wo man nur online bestellen kann, die nicht so breit verfügbar sind. Ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren und ich freue mich ja auch immer von euch zu lesen. und wenn etwas für euch dabei gewesen ist, dann lasst mich das wissen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns auch in meinem nächsten Video sehen. Vergesst nicht, mir ein Abo da zu lassen, wenn ihr neu seid und gerne mehr von mir sehen möchtet. Und dann könnt ihr auch gleich noch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr nämlich immer über neue Videos von mir informiert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Tschüss!